Erst letztes Jahr wurde ein Fan von Ben Zucker um mehr als 40.000 Euro abgezogen. Die Fake-Profile auf Social Media häufen sich und jetzt spricht der Sänger Klartext mit seinen Fans. Moin, beste Bande, Hashtag Fake-Profile. Bitte, bitte, achtet darauf, nur dieses Profil, mein Profil, Ben Zucker Musik mit dem blauen Haken, ist das einzige und originale Profil, was ich habe. Und ich betreibe auch kein weiteres, kein anderes, auch kein privates und ich will auch kein Geld von euch für eine CD-Produktion. Meine Managerin will auch kein Geld von euch, um dass ihr mich dann irgendwann mal treffen könnt. Es will hier niemand irgendwann an irgendeiner Stelle Geld von euch. Ganz sicher nicht. Und darüber hinaus betreibe ich auch kein Hangout oder sämtliche Plattformen, die irgendwie damit einhergehen, dass ihr offenbar mit mir kommuniziert. Das ist nicht so und wird auch nicht passieren. Ich bin Musiker und ausschließlich fühle Musik für euch da und werde das Beste geben, um euch die allerbesten Songs zu widmen und mit euch gemeinsam abzureißen. Und dann ist da ein Haken hinter. Ansonsten habt ihr euer Leben und auf das müsst ihr achten. Und ich bin da kein Teil von, im Sinne von, dass ich privat vor allem mich da austausche, schöne Worte euch mitgebe oder irgendeine beziehungsähnliche Struktur mit euch eingehe. Das ist mir überhaupt nicht der Fall. Das hat alles nichts mit mir zu tun. Ich muss es so deutlich sagen, weil ich einfach gesehen habe, dass mittlerweile ja tagtäglich hunderte Profile von mir existieren. Und ich will, dass ihr einfach da bitte auf euch aufpasst. Ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, Benzucker Musik, blauer Haken, das ist mein privater Account und auch offizieller Account. Und mehr betreibe ich nicht. Und das gilt auch für Facebook und für TikTok. Nix weiter. Mach ich einfach nicht. Bitte aufpassen. Okay? In diesem Sinne. Fühlt euch umarmt. Bis ganz bald. Euer Ben.